Einer der Produzenten hatte ihr geschrieben, wir wissen warum du zu spät kommst, wir wissen warum du gar nicht kommst. Er nannte sie eine verwöhnte Göre. Jemand gab den Brief der Presse. Das war wirklich ein Zeichen, dass da etwas nicht stimmte. Das ist nicht die Lindsay, die wir kennen. Sie braucht Hilfe. In den folgenden Monaten unternahm sie viele von den Medien begleitete Entzugsversuche. Das Resultat war bestenfalls gemischt. Die ersten zwei brachten nichts. Gleich nachdem sie rauskam, wurde sie wieder beim Partymachen fotografiert. Sie wurde verhaftet und man fand einen Zettel auf dem Stand, wie benutze ich Kokain. Im Frühjahr 2007 spitzte sich ihre Situation nach immer neuen Aufenthalten in der Entzugsklinik und mehreren Verhaftungen zu. Der Tiefpunkt kam im Juli, drei Wochen nach ihrem 21. Geburtstag, als sie in eine wilde Verfolgungsjagd in L.A. verwickelt war. Die Polizisten, die sie verhafteten, stellten fest, dass sie betrunken war und Kokain in der Hosentasche hatte. Außerdem waren da noch zwei Typen bei ihrem Auto. Die erzählten, dass Lindsay sagte, ich bin ein Pony. Ihr könnt mir gar nichts. Ich kann machen, was ich will. Sie zeigte sich selbst an und wurde wegen Drogenbesitzes und Trunkenheit am Steuer angeklagt. Es scheint, als habe Lindsay Lohan endlich erkannt, dass sie die Kontrolle verloren hatte. Sie arrangierte für sich einen Entzug in einer Einrichtung, in der sie sich Hilfe erhoffte. Endlich kehrte sie Hollywood den Rücken und ging zum Entzug nach Utah, fernab von der Szene, die für sie so verlockend war. Während des Entzugs versöhnte sie sich auch mit ihrem Vater. Er besuchte sie und es schien, als würde sich die Beziehung wieder normalisieren. Sie ist ein ganz normaler Teenager, der manchmal vom rechten Weg abkommt. Viele geraten mal aus dem Tritt, lassen sich mit den falschen Leuten ein und finden aber dann wieder zurück. Lindsay wird auch wieder zurückfinden. Es heißt zwar, es gibt keine zweite Chance, aber in Wahrheit gibt es acht Millionen zweite Chancen. Obwohl Lindsay Lohans Zukunft ungewiss ist, sind ihre Fans fest entschlossen, zu ihr zu halten, während sie zu dem zurückkehrt, was sie am besten kann. Amerikaner lieben gute Geschichten. Und die Leute setzen sich für sie ein, weil sie keine dieser Personen ohne Talent ist, die zufällig berühmt sind. Sie ist berühmt, weil sie eine tolle Schauspielerin ist. Die Leute wünschen ihr, dass sie sich wieder auf diesen Teil ihres Lebens konzentrieren kann und ein paar tolle Rollen spielt, weil sie es kann. Es ist eine wichtige Zeit für Lindsay. Sie ist kein Geheimtipp unter Schauspielern, sie ist ein Star. Ich glaube, Lindsay kann alles erreichen. Wir werden noch sehr lange von ihr hören und es genießen sie auf der Leinwand zu sehen. Jahr zu kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017